Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sollten Sie einmal in Amerika oder gar Südkorea auf ein Holzhaus stoßen, das Sie rundum begeistert, dann könnte dieses von der Holzbaumeyer GmbH errichtet worden sein. Denn Kunden aus der ganzen Welt schwören auf die erstklassigen Leistungen des Salzburger Betriebs. Getreu dem Motto, dafür schlägt unser Herz, legen die Inhaberinnen Birgit und Gundi Meier mit ihrem tatkräftigen Team bei allen Arbeiten großes Können und viel Leidenschaft an den Tag. Zum breiten Portfolio des staatlich ausgezeichneten Familienunternehmens gehören schlüsselfertige Blockriegel- und Biohäuser, Tischlerarbeiten, Bauten für die Hotellerie und Gastronomie sowie Umbauten und Sanierungen. Kein Wunder also, dass Menschen von nah und fern auf die ausgezeichneten Fähigkeiten der Firma setzen. Mit rund 140 Mitarbeitern und bereits 300 ausgebildeten Lehrlingen zählt man übrigens zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Holzbaumeyer – Ihr Spezialist in Sachen Holzbau.